Ja, ein wunderschönen Guten Hallo, Freunde der leisten Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gotham Knights. Jo, in der letzten Folge sind wir Clayface so ein bisschen auf die Spuren gekommen und müssen jetzt mit Detective Montoya reden. Was wir dann jetzt auch mal zügig machen werden, wir sind mit Nightwing unterwegs. Das Problem ist, das Spiel hat mich sofort in die Mission geschmissen, ohne dass ich meinen Anzug verbessern konnte. Also sprich... Kommissioner Kane ruft dauernd an. In der ganzen Stadt gibt es kein Wasser. Wir sollen uns sofort drum kümmern. Ist da noch jemand drin? Die meisten Leute von der Nachtschicht sind gegangen, nachdem sie gesehen haben, dass der Schlamm die Rohre hochfließt. Du solltest hier bald deine Ruhe haben. Keine Sorge, Montoya. Ich mach das. Besser du als ich. Verzieh dich, bevor die Verstärkung eintrifft. Alles klar. Okay, 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 okay. Dann gehen wir mal wieder hoch aufs Dach. Denn von hier aus starten ja die meisten Missionen. Hm. Was ist denn hier los? Die rennen weg und wir gehen rein. Naja, so muss das sein. Hot Water Return. Okay, okay. Steht da oben. Blockenturm bin drin. Aber noch kein Clayface. Er würde niemals seine eigene Premiere verpassen. Hm. Weiß man nicht. Er reißt sich zusammen oder schleimt sich zusammen. Okay. Ich hätte echt bei Babsi bleiben sollen. Das könnte jetzt anstrengend werden. Das ist nicht gut. Ich mag Liebeskomödie. Ich mag Liebeskomödie. Äh, geht es. Wow. Ist hier irgendwas, was mir hilft? Warum werden mir die Tupinen angezeigt? Warte mal. Auf bestimmten Sinn. Kann ich die anschmeißen oder irgendwas? Joa, einfach mal wegrennen, ne? Ah, guck mal. Was haben wir denn hier? Äh, nicht wirklich. Ich entkomme dir nicht. Naja, das sagst du jetzt. Du hast nicht gesehen, wie schnell ich sprinten kann. Langen die dann an oder gehen die irgendwann wieder aus oder was? Na komm, haut zu. Ah, hat dir gar nicht gefallen, wa? Wissen Sie mal. Ich bin gar nicht so drauf, wie ich mich manchmal anhöre. Oh, mein Leben sieht aber auch nicht so gut aus. Ich sollte mich ganz dringend mal so ein bisschen heilen. Wer sagt denn, dass ich das will? Du kommst hier nicht vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. Ja. Jetzt sollten alle Turbinen an sein. Sind wir nicht? Warum nicht? Finde es aber schön, wenn wir schon fertig wären. Ich gucke die nicht. Ich gucke die nicht. Echt? Okay, dann hau ich halt noch ein bisschen fester zu. Ah, komm. Na ja, ein bisschen was hat es hier gebracht. Uh. Was machst du denn jetzt hier? Ach, nicht doch. Komm. Ich gucke die nicht. Hä? Äh, nee. Du stehst in ihnen. Nein, ich hab die ganze Zeit gesagt, es ist nicht so einfach. Na toll, jetzt wegfahren vor ihnen, ne? Na, zum Glück bin ich hier ein richtig beschissener Fahrer. Was ist mit Alka Selzer? Oh. Alter, das Wasser ist schon hinten dran. Hat das so einen Unsinn nicht? Wow. Das wird zu eng. Eng kann ja gemütlich sein, aber in dem Fall finde ich das nicht. Wow. Wow, ey. Oh, Scheiße. Äh, ich hasse sowas. Äh, nach Hause. Schön vor dem Kamin. Ne Runde ausruhen. Entspannen. Einfach ein bisschen. Ah, Scheiße. Also, nicht. Oh, fuck. Ah, die Karre fährt sich, die... Ah, Mann, die Möhre fährt sich manchmal auch scheiße. Okay. Oh. Oh. Shit. Ich darf hier gar nicht irgendwie mal langsamer werden. Das ist mein Problem. Sonst rückt mich das Wasser ganz schnell ein. Vielleicht sollte ich auch weniger quatschen und mehr fahren. Na klar. Alter. Hör doch auf. Oh. Ich bin hier ziemlich drin. In der Schande. Okay. Hör doch auf. Hör doch auf. Ja. Können wir auch langsamer da sein? Boah, ich frag für einen Freund. Ach. Scheiße. Oh, ist doch. Oh, bitte. Ein anderer Abschnitt. Na, natürlich nicht. Einen Ort, an dem es richtig schnell richtig heiß werden kann. Mit Playfix, natürlich. Reicht ein Schmelzwerk? Das liegt von dir aus im Westen. Das reicht. Danke, Glockenkopf. Oh, willst du denn auch mein Mann hier? Ich bin nah, wie ich bin. Immer am Sekt. Ich bin nah, wie ich bin. Immer wieder mit. Das war's. Das war's. Ja, sorry. Ich hab mich jetzt einfach nur mal konzentriert. Ja, das schöne Bike. Manche mögen so isse. Du nicht so Tonmann. Also jetzt kippt er echt an. Ich bin bereit für den Absprach. Ich bin bereit für den Absprach. Ich bin bereit für den Absprach. Und ich dich irgendwie dazu bringen hier näher an die Öfen. Aua. Aua. Oh. Ah, fuck. Oh, ha? Boah. Junge. Na, das hat die Aua getan, ne? Na, nö. Würde ich niemals machen. Das hast du vor einer Minute schon gesagt. Nö, hab ich eigentlich jetzt nicht so vor. Ach, gibt noch nie so an. Wow. Du warst schon immer ein Gegner, auf den kein Mensch Bock hat, weil du voll doof bist. Ich bin bereit für den Absprach. Ja. Ich weiß nicht, dass... Das muss doch effektiver gehen. Kann ich die Öfen irgendwie kaputt machen? Was? Warte mal. Nein, kann ich nicht. Echt? Den werde ich dann aber nicht gucken. Warte mal. Vielleicht nicht gerückt auf den Körper, sondern... Nee, lass mal. Ich habe es nicht so mit mich umbringen lassen. So, Kumpel, jetzt schließt du ab einen Flammdach. Oh, das hat er nicht lange gehalten. Nein. Fred, was machst du denn sowas? Das ist doch scheiße. Ja, steh doch endlich auf. Na klar. Leck mich. Boah. Was ist das für eine Scheiße? Ach, halt doch, D. Sowas geht mir auf den Sack. Das Problem ist, Robin ist ziemlich schwach auf der Brust. Ich bin bereit für den Abschmack. Bleib doch stehen! Aua. Na. Auf den Arsch gehauen. Du scheiß Ofen, bring mir doch irgendwas. Warum steht ihr hier irgendwelche Ofen auf, wenn die mir nicht viel bringen? So. Oh. Der Justy! Stürmer! Es ist vorbei! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ja, spar dir doch was. Ich weiß nicht, bei ihm müssen wir wirklich einfach nur draufkloppen irgendwie. Wow. Ja, so ein bisschen. Sien. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Machen wir jetzt hier auf Dark Souls oder was? Oh, nee. Oh. Ja. Ja, voll reingesprungen. Oh, come. Oh, come. Oh. 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 Oh, toll, voll vorbei. Oh, toll, voll. Oh. Ich lass dir lieber einen Vorrang. Oh. 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 Ach, Mist. Oh. 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 nicht angreifen. Alter. Ja, okay. Ähm. Ich bin jetzt gerade ein wenig ratlos. Wie soll ich denn das? Alter, ich habe langsam keine Lust mehr. Das dauert mir schon zu lange. Wenn ich Dark Souls-Kram dabei habe, hätte wollen, dann wäre es ja, dann wäre es okay. Oh, oh. Er ist gelaufen. Alter. Sag mir bitte wie. Oh. Oh. Ja, aber das kann es ja nicht sein. Aua! Was ist denn für eine Arbeit? Okay, ich gebe auf. Wie wäre es? Lass uns einfach einen Kaffee trinken gehen. Hey, jetzt komm, jetzt leck mich doch auch mal. Am Pützel, das kann es doch nicht sein. Ja, komm. Da muss doch irgendwas. Ja, ich komme hier nicht mal raus aus der scheiß Ecke mehr. Oh, Mann. Ja, hör auf jetzt. Den Briss. Halt deinen Maul, Junge. Erzähl doch nicht. Komm, wegen. Versuch, wie der zuschlägt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, ja. Ach, hör auf. Ich kann gerade eigentlich nur auf ihn einprügeln, irgendwie. Wenn ich nah dran stehe oder so. Sonst kann ich nichts machen. In einer Minute bist du drauf. Ach, komm jetzt. Oh, schon wieder. Ja, ja. Ja, ja. Sieht aus, als hättest du Spaß gehabt. Jetzt kommt der echte Spaß. Aufräumen und Schreibkram. Der übliche Papierkram eben. Ich hab schon krassere Sachen erlebt, als so ein Tonmonster, das die Stadt überfluten will. Gotham überrascht einen immer wieder. Ja, stimmt. Commissioner Kane will, dass ich jedes Tonstück einzeln einpacke und beschrifte. Danke dafür. Oh, habt ihr euch immer noch nicht angefreundet? Das ist die Untertreibung des Jahres. Ich sag's euch, wenn ihr Strumpfhosen-Träger nicht so nützlich werdet. Warum versuche ich's überhaupt? Na, endlich. Alter, Walter. Das ist jetzt wirklich das Rätsel. Die Lösung war einfach, nur drauf reinzuprügeln. Also, komm jetzt mal auf so einen Schwachsinn. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, die Folge war lang genug. Und wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer, heute doch ein wenig genervter, Scotty. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.